ja hohe und willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's beitails auf das peria die definitiv edition in der letzten folge auf die fresse bekommen nach dem ersten kampf in diesem gebiet und ja zum teufel ist damit schon passiert wir haben diesen ein typ mir verfolgt bei ich weiß noch seinen namen muss ich wieder ja gewähren ich habe seinen namen vergessen wir in einen bösen typen wie hießen der noch mal liegt mir ja gerade für zunge aus wie ich von ihr ich würde gerne sie steuern wenn es geht ferder abdorbert alter ja ich habe gesehen sie kann arzt in der luft einsetzen basisart wir kriegen ja ganz schön auch verpresst also jetzt nicht so doll und keine heiler und so ich würde gerne sie ein bisschen ausprobieren aber so wie wir auf das gerade kriegen geht da glaube ich nicht ja das klingt schon einfacher okay sie kriegt wieder dauerhaft sachen weil sie jetzt mit dem level noch hinterher in dem level nämlich man kriegt sie jetzt so viele alter da hat sie gern nun auch kann drehe ich kopfüber und die eigene action verpasst den gegner fort werden ich muss mal war sicher schlag sicher mond bringen wir auf und lande auf den gegner schwanger landes im form eines folgen muss dann dass wir sowas für zum mond zwei nach so leistet ja schon die gegner sind ein bisschen bisschen hardcore findet ihr nicht auch jeder mantel er ist ja okay ich glaube die acht punkte werden es jetzt auch nicht so bringen auch deutlich mehr verteidigung habe ich das gefühl jetzt überleben apropos darum geht man aber runter und halten und ja gott wenn ich das einsetzen will funktioniert dann gott was sind hier für sachen wie oft losgehen getriebe golden so wie in julio und ich habe mich hier schon wieder und da wird natürlich eine menge ap bei ihnen kann ich wesens lernen ja wo ihre angefallen sind gerne neumond klinge lunaokan luna zahlen dazu nach oben alles klar ausgerechnet war war okay allein sicher laksa reflektion und rolle ich habe hier habe ich verloren habe ich hätte über hp zauber wirksam ich vergesse exo alles klar da komm ich ja lass so glaube ich die gegner truppe die mich erleicht hat sei soldat da sind die sternen die hat geräusch machen da warte mal wo war ihr dingens oder auch kann da kann man ja das funktioniert das heißt nicht so dass er funktioniert der augen griff ist da perfekt sie hat einen guten angriff dafür dazu junger warum ist das hier so schwer wenn die gegner ein bisschen unter stellen können dafür dass wir jetzt hier nur zweit nur ohne heiler durch die gegend rennen möchte ich mal nur anmerken ich war da schon ein bisschen overkill ja ja ich will noch nicht da ganz raus treffen wir die anderen wieder wir treten darauf reagieren wenn sie herausfindet dass sie die rachenritzerin da ist Das ist so, dass du da, ne? Die Tür ist geschlossen. Die Tür ist geschlossen. Wer ist das? Das Kritiak? Wer ist die Frau der Frau? Der Mann, du hast zu verletzt. Ich habe den Judis mit mir gefangen. Hallo. Ich bin Karol. Ich bin Esterise. Ich bin Ester. Ich bin Ester. Ich bin Esteris. Sie sehen uns schon mal. Ich bin Esteris. Ich bin Esteris. Gäst du? Und zwar in Esteris. Für mich ist das jetzt ausschweren. Die Esteris. Felt es so stark! schon war klar jedes mal das ist der jetzt julef das stört Ich konnte auch keine Angst haben. Ich weiß nicht, was es. Ist das alles okay? Ich habe mir verletzt, dass alle wieder ganz gut sind. Ich habe keine Angst, dass ich auf dem Bremsen nicht mehr rüberforschte. Der Rugga hat mir die Farben erhalten. Die Gäuel haben sich nicht mehr verletzt, und die Völven hatten auch die Union. Das ist auch nur die Völven. Es ist also危険, dass ich meine Esterize hier bin. Ich bin mit einem einen und ich will gerne mit euch gehen. Ich werde auch mit euch zusammen gehen. Ist doch so. Schließt ihr euch auch uns an? Oh, wie war das, Ossam? Ah, ja, ich denke, dass ich so großartig bin, wenn ich so großartig bin, kann ich mich so großartig sein. Hm, hm. Rapid, gehen wir mal. Ich bin der Ossam, auch. Ich bin der Ossam, oder? das ist ja das ist ja was mit folgen als wir gestorben sind im letzten hat hat den folgenden teel alten bester kumpel und für ihn hat sich der gruppe angeschlossen bleiben wieder vereinigelt doch beides ich bin mir noch nicht aufgeachtet das blenden und angeschlossen kohl und er hat eine menge sachen wahrscheinlich und ja er kann auch schwerter hier ausrüsten ich habe gehört fliegen ist nur in der ps3 oder also in dieser vision spielbar aber ich dachte er wäre es sehr viel später spiel war und weiß nicht klar ich dachte wie ich habe eigentlich keine ahnung was gedacht habe zurück hier muss man noch ein bisschen erkunden so jetzt dürfen wir aber nicht so schnell frage was du im dämon zahlen und erste hilfe setzt darauf denn so truppe hat man ja schon mal aus sie auf jeden fall so aus wo ich mir nicht vorstellen kann dann irgendwie immer unsere truppe ist links story und so ich glaube er war nur bestimmte zeitlang immer spielbar im originalen xbox version vielleicht habe ich schon dauerhaft da war schon mal gut nein abstellen also ein bisschen davon weiß ich doch natürlich auch wieder erst mal ein ganz paar sachen ein paar sehr klassische angefühlt merkt gerade dämon zahlen die klinge ich glaube ich gerade gesehen er hat sogar gelegen so als kommen wir ja sehr viel einfacher durch das war irgendwie komisch erst haben wir den titel und also was für ihn bekommen dann stand da wir haben den links bekommen und wir haben den charakter er hat schon mehr die besten wir ausrüsten weiß nicht ob da durch level ups irgendwie beeinflusst werden oder so aber ich nehme es mal ein bisschen an da sind diese magier gegen die war auf die fresse bekommen haben die wirklich gerne auseinander nach fliegen naja ich habe keine tp wir müssen ja pflegen eingestellt oder na gut da brauche ich dich schon ja also nur zwei schläge hat finde ich ein bisschen doof nach nach kämpfern könnte es doch ein bisschen besser werden ein eigenes thema ja so 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 diese magier die muss ich erleben erst mal hochheilen das bestimmt jetzt weg ich will mal in diesen einen wald weg gegangen der heilspeicherpunkt war dann auch einmal auch weg wo ich wollte da eigentlich trainieren aber ging nicht der heilspeicherpunkt weg war da fand ich voll doof ich muss jetzt mal meine dinge ist wieder hier kaufen schon dabei sind aber jetzt neue synthese sachen glaube ich war immer noch dingen sehr ich brauche immer noch ein leder zieler okay aber wo alles mal jetzt hier unter ich will noch ich will immer noch diese magie sehen muss ja auch erkunden treffen und so ob der dinge sehen so da sind sie erwartet jetzt kriegt darauf verfressen kaum noch mal eine dinge ins art Nein, der kommt ja. er hinter mir schloss man sagt also ganz schön viel tp zurück vor dem 20 prozent wieder vereint ich habe mir alles gesehen gegen die gekämpft ich guck mal nach vor ich da eigentlich scheren schnabe dann mal ross hier so gehen wir nach oben oder unten war gar nicht mal irgendwann bei darks und ab oder so ist auch mal recht ich will auch nach unten mal unten kommen wir irgendwann an also wer ist dann auf jeden fall nach oben sieht auch richtig ausbestimmt wahrscheinlich kommen wir ja nicht durch nicht irgendeine kraft verschlossen ein schloss nehme ich jetzt mal an aber wir können sogar ihr haus wir können sogar hingehen wo wir wollen krass da ist mal gut das schwert bier schild zauberstelle kann da irgendjemand anders ausrüsten ich glaube nicht hier dann doch erstmal seine ganzen anderen sachen hier ich glaube ding es kostet sehr viel takke unwärksam das wäre zum beispiel richtig gut ich könnte auch die zeit nutzen und irgendwie den ganzen sachen beibringen vielleicht auch eine idee ich habe das gefühl verlässt unsere truppe irgendwann mal irgendwann wieder ich weiß nicht wieso auch aber wenn man sagt mir dann kam irgendwie zu plötzlich spiel und julev anmerksamkeit 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 anscheinend ist judev hübscher nein die absolut heißt ja oder ich bin jetzt mal so sagen über zauber steigertag ist nicht gut über zauber was ist das ein zauber kreis hat um die wirkung eines anfängers aus bett die verbraucht zu erhöhen okay das ist schon so aus das wäre irgendwie feine boss und so weiter so you わけじゃないわ ちょっと嫌な奴思い出しただっけ それって もしかしてあの流使い まあね そういえばちょっとあんた ん 俺 感じのバカドラはどこ行ったの 屋上ではぐれてな 無事だとは思うけど 無事でいてくれないと殴れないじゃない おいおい それが目的でここまで来ちゃったの あの バルボスってやつが許せないの プラスティアにニチャさせて かわいそうじゃない だからって そっちのお姫様まで連れてくるかね このフレン 俺も止めなかったのかよ すまない ダングレストで入れ違いになったんだ それで慌てて追いかけてきたってか リタもフレンも悪くありません 自分から行くって言ったんです ユーリ一人で行かせたままになんてできません それに 人々に害をなす悪人を放っておくわけにはいきません そうよね あなたいいこと言うわ エステリーゼ様 カロル先生 頼りにしてるぜ 貴重な戦力だからな うん もちろん さあ この調子で行こう トップです riesige アンターのスジョーだまっていてくる メカ ウダーの目的を果てしやすい だろうがないと losgehen warum hast du mir erst nicht erzählt so die ja sanたちと一緒に来たんじゃないんです so leia 立ちに la豪のほばく連行を任せたので私一人です うかほっぽって小隊長が一人でって いくらなんても突っ走り過ぎじゃない 売れんらしいっちゃらしいけど 悪ボス 定刻が法に基づいてさ そのために奴を捉えるのが 基地団の席 それなのに ゆりたちに任せきれいながらできない それが帝国キシッテムなんだよ だよ 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 schon durch schon verdreht trotzdem gewöhnt hat sie nur zwei begleiten zwei normale anrufe ich weiß nicht aber auch schon irgendwann doppelsprung lernen würde so wie leia es wächst zu mehr es gibt dann schon sehr und ich habe mal nachgeguckt und ja ich bin nicht der einzige bei dem dazu ist das scheint viele zu nerven angeblich soll passieren wenn man irgendwie mehrere gegner irgendwie der gleichen sorte irgendwie im kampf erledigt aber scheint irgendwie auch keinen sinn zu machen weil irgendwie passiert dann auch wenn ich irgendwie andere monster selben art irgendwie auf ein hinzukommen da sage ich reflexion dann bestimmt wenn geschah es aus einem angriff zurück cool hallo spaß gemacht aber hat echt geklappt ja 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 Aber ich glaube, dass ich mich nicht interessiert habe. Ich glaube, dass ich mich nicht interessiert habe. Ich glaube, dass ich mich nicht interessiert habe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht interessiert habe. Oh, ja. Ich muss mich aufhören. Was ist das? Das ist ein wunderschönes Raum. Furen und Karol sind nicht so schwer. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich mit Kiss mit dir zusammengekommen habe. Ich möchte mich jetzt auf die Seite mit dem Mannschaften. Das stimmt. vielleicht auch voll der trotter ganz ein solche sachen ablässt oder auch nur einen davon da kann ich doch mal frage ich drücke mal das falsche gibt es einfach nicht lange angehalten oder wo erledigt aber wir hätten gemacht ich habe die ganze r2 gerückt ich habe die ganze zeit erzeuger und warum wir willst ja in der schrift und rolle gelernt rückschritt verarzt und sporten das leben für raven hat sich schon wieder alles gelernt kurama wird kurama video da war zahlen des jägers und beschleunigungen wenn das überlebt die geschwindigkeit normale angefangen hat kohl mit dem bonus meinen grünen tödlichen schlag ja als ob das jemals passieren wird wo sind die magier nein irgendwie treffe ich mit dem angriff nie die macht einen schritt und dann war wird er richtig nervig ich treffe den ich war die ganze zeit ab ich habe mich gegen jemanden kämpfen der nicht bekannt aber wo ist denn jetzt die da unten war ich habe ein paar sachen zu lernen also wie kannst du es wagen das magier sagt man ja doch das ist aber auch nervig ist in diesem scheiß ausgedacht guck sich dann an grüß ich auch meine an da muss ich mich für das spielt hier umschlagen ja mal drinken gehört dämon zahlen wie lange ich brauche wir haben schon alle anderen erledigt und ich brauche hier so lange weil wir hier ganz in der mecke mit als auch von retarded ja 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 jesus woher ist nicht zu uns weil ich würde mal gerne diese eine technik hier einsetzen warum er doch sehr lange dieser attacke werde ich doch bestimmt voll abgebrochen meiste zeit wenn ich auch versuche einzusetzen wir haben kein heiler in unserem team ich glaube wenn man eine volle gruppe haben wir da schon ein bisschen mehr weh tun wenn wir so von hinten angegriffen werden die seite jetzt gut zack und wechseln hat begeistert noch ein bisschen dauern also noch eine menge gegner warum kriegst du ein uhr aber ist ja wir haben einen zauber auf sich gemacht und die foton ich sollte die zahnräder vielleicht mal anschließende und rechts ist auch eins glaube ich hat da unten war eins verdammt habe ich gar nicht mehr daran gedacht sagen wir so drei angriffen drei projektile angefühlt wie im mond zahn azur klinge und hier sternen irgendwas stars folk sagt sie glaube ich fast da eben aber sie sind kochen wie sich so aus hier sind kochen wie sie aus der pudding setzt ja die ganze ein setzte pudding ein langes macht man da oben auf ist dann eher ja oder doch ein zwar passt irgendwo noch ein so passt schon mal da oben ist wenn ein spreche punkt ist gut dann will ich nämlich den part wenden wenn ich dann würde ich so oder so ein paar wenden der turm von gas vor voraus das das war aus der Ja. Ja, da ist ein Koch, ah, ich wollte nicht gegen mich kämpfen, äh, äh, rüstert, äh, äh, genau, nein, das mache ich hier. Au. Hier treffe ich mit dem Angriff nie. Ja. 22 hat er die einfacher von der wüste in diesem teil noch nicht so ich bin noch als level 28 davon den kopf kaffee irgendwie so 38 oder so bin aber ich glaube ich somit kino max 3 gar nicht so ungefähr in diesem level kann ich sagen ich zehn der wir überlebt bin so blauer drache schon wieder ein paar verfügen combo plus ok wir sind nicht in klinge mal ist also da sind mehrere kombos sehr wünscht mal ich ignorieren wir mal waren des zauberers bessere medizin ok und wieder bessere heilart oder bessere heilung sieht uns nicht das problem als rest kp ist halt so als proportional zur rest kpf stärker um einzubringen der maximalen gott ich würde sagen ich bin dem party gleich aber er der arme vogel naja wo ich warte bist du angehalten hast ja ja hey dann noch eine hechse ja noch gar nichts verloren aber unsere gruppe irgendwie tausendmal stärker worden ich weiß nicht wieso haben wir jetzt haben okay ich habe einen plan ja erst mal aktivieren wir das hier noch dann ich muss mal ganz kurz ein schnitt machen okay also nicht oben ist nichts mehr was er das dinge ich traf das ding doch ja unten hat geöffnet da weiß ich auch noch okay da müssen wir unten der zahnrad aktivieren eben diesen koch den habe ich ja gesehen nachdem man hat gemacht haben würde ich dann auch sagen wir machen einen schnitt also beenden ein paar meine ich habe ich gerade gemacht aus dem einfachen grund ich will für die meisten fähigkeiten lernen und ich möchte der andere charakter natürlich auch die fähigkeiten alle lernen ich weiß jetzt klingt schon wieder als würde ich über leveln wollen aber weiter gesehen wird und trotzdem irgendwie drauf gehören weil so viele gegner sind jetzt nicht so wenn man pech hat kriegt man hier trotzdem auf der nase also ja ich fühle mich jetzt nicht so unbedingt schlecht hier ein bisschen zu leveln also wir kriegen trotzdem noch ordentlich auf die fresse also ja das ist ziemlich gut hier kochwart salat ich gebe das jetzt üben da sitzt du dann für das rezept soldat salat halt nicht soldat wir sehen uns gut wir können ja jederzeit hier rein und raus gehen und ja das tue ich natürlich ausnutzen was er möchte ich von für flinnen alle fähigkeiten lernen und für juri und so also ja das gefühl mit unserer truppe irgendwann verlassen ich kann mir nicht vorstellen deshalb bei den rittern hier ich kann mir nicht vorstellen hat der für immer und ewig in unserer truppe bleibt also irgendwas meine rollenspiel intuition sagt mir irgendwie so irgendwie soweit dass er nicht darauf bleiben wird für eine ganze weile wieder weg geht oder so also ja deswegen nur deswegen nehme ich hier so einen kleinen abstecher einkauf und gucke ob wir mal ich sollte vielleicht mal gucken ob ich noch ein paar sachen herstellen kann aber dann war es dann auch für diesen fahrt da damit zufrieden ja nein okay ich mache es trotz für alle die leute sind für alle zwei leute die sich meine space angucken immer an denen macht das nix aus da kann ich ja überhaupt rein dann sagen wir irgendwie so nähe ich muss jetzt gehen mein planet braucht mich also flitten ich würde sonst mal jeder die gaststätte und also hat mal benutzen zu gucken ob da irgendetwas triggert das geht es mäßig und so ja ich meine ich werde dann in diesen ein ort hier trainieren hochleveln wo alt der heilspeicher punkt ist okay ich glaube nichts neues außer hier hat kann man immer noch nicht herstellen aber auch schon alles okay egal gut dann würde ich hier ein bisschen gründen also nicht unbedingt level aber fähigkeiten halten hier so weit alles in der kurse mann viele sachen lernen kann und ja in dem sinne sage ich dankeschön fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folie wieder und schütze kaufs das ist ich 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 Untertitelung. BR 2018